Wir sind hier auf unserem Zuchtsaunvermehrungsbetrieb in Perersdorf. Wir betreiben Jungsaunvermehrung, schon viele Jahrzehnte muss man sagen und jüngere Vergangenheit in Verbindung mit Gesing und wir haben auf unserem Betrieb jetzt so 110 Muttersaun und die weiblichen Tiere werden aufgezogen und als Jungsaun verkauft. Die Zusammenarbeit mit der Gesing-Tierzucht funktioniert sehr gut. Seit wir uns der Gesing-Tierzuchtgruppe angeschlossen haben, werden die Tiere über die Gesing vermarktet und das bringt uns sehr viele Vorteile. Die Vorteile der Gesing-Tierzucht für uns sind, dass sie näher am Kunden sind, sie betreuen die Kunden intensiver und haben auch die nötige Werbung für unsere Sau. Wodurch sich unsere Jungsaun gegenüber der Konkurrenz abheben, denke ich, ist in erster Linie die hohe Fruchtbarkeit verbunden mit einem tollen, stabilen Fundament und guten Aufzuchtleistungen. Was auf jeden Fall auch zum Tragen kommt, ist die gute Futterverwertung, die bekannterweise von der Pigsau kommt und unsere Säuen sicher im Verhältnis zu anderen Genetiken mit weniger Futter im Jahr auskommen und das wird jetzt bei diesen Futterkosten immer mehr auch ein wirtschaftlicher Faktor. Wir denken, dass wir mit unserer Genetik gut für die Zukunft gerüstet sind. Bisher wird das Säuel throw um fotografieren und das sieht die Mauftragera ausgelastet sind. Vielen Dank.